Lagern Sie Ihre edlen Tropfen mit unserem eleganten Weinrack aus Edelstahl. Es besticht durch sein reduziertes Design und bietet Platz für bis zu 12 Flaschen. Das Weinrack eignet sich für alle gängigen Flaschengrundformen, wie zum Beispiel Bordeaux, Burgunder oder Hofflaschen. Selbst Sekt- oder Champagnerflaschen lassen sich problemlos lagern. Die Flaschen lassen sich dank der intelligenten Konstruktion einfach am Flaschenhals einhängen. Die Flaschen nicht eingeführt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017